Immer geschmeidig die Finger drauf haben und immer den hier machen. Ja, nicht den hier. Nicht den hier. Nicht... Hallo meine lieben Minecraft-Freunde. Willkommen jetzt zu einer Runde Superjump mit dem Freaks-Freaks-IP. Hallo Freaks-IP. Hey, hey. Na, wie sieht's aus? Ich fordere dich heraus zu einer Runde Superjump. So, jetzt sage einfach Stopp. Stopp. Wir spielen auf der Karte Cave. Geil. Und ich bin jetzt wieder der normale Gommel. Oder auch nicht. Ja, man weiß es nicht. Man munkelt noch. Okay, hallo Freunde, da bin ich auch schon wieder. Der Gommel ist wieder. Und das Spiel-IP startet auch schon hier in einer Sekunde. So, ach, die Karte ist das. Oh, meine persönliche Hasskarte, aber... Aber du kannst die natürlich. Also, ich find die eigentlich ganz cool. So. Oh, aber ich hab direkt schon mal den ersten Fail rausgehauen. Das muss ja immer so sein. Das muss so sein. So. Ja, heute failen wir mal wieder bei Superjump, aber so richtig... Zack, gewonnen. Ja, was? Läuft bei mir. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Du sagst einfach wahrscheinlich. Sagst du einfach, jo, meine Person, die hast Karte und ziehst mich einfach ab. Was willst du eigentlich für den Arsch, ey? Okay, okay. Oh, nee, ey. Okay. Sag mal Stopp. Sag mal Stopp. Stopp. Okay, Void. So, ich fordere dich heraus. Void hab ich, glaube ich, noch nie gespielt. Oder ich kann mich... Ich kann mich nicht daran erinnern, wie Void ist. Ich hab da... Ich hab auch keine... Ach, die Karte war es, ja. Ach, die hier. Aha. Wie viele Runden wollen wir überhaupt spielen? Also, wollen wir sagen, fünf Runden... Wollen wir fünf machen oder wie? Ja, keine Ahnung. Best of... Drei, Fri, Fri, Fife. Keine Ahnung, mir ist das wurscht. So. Oh, 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 oh. Oh, nee. Alter, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh, nee, ey. Nein! Bist du runtergefallen? Ja. Du auch, ich hab's gesehen. Fuck. Nein. Ah, shit. Nein. Jetzt hab ich einen Vorsprung. Jetzt hab ich den Vorsprung, Leute. Nein, Alter, ich schaff den Ansprung. Bin ich behindert? Jetzt muss ich nur noch chillen. Jetzt muss ich nur noch mein Leben chillen und jeden Sprung schaffen. Ich will den Sprung überspringen. Oh, shit. Und der zweite Punkt geht in meine Tasche. Uh, uh, uh. Yo. Ich muss mal eben einmal kurz mein Maus packen. Das ist zwar pfeffern, Mann. Mach das, ey. Ich konnte damit gerade irgendwie mehr spielen, ey. Geh nicht klar, ey. Meine Maus hat sich nämlich gerade irgendwie richtig komisch verhakt. Da ran lag. Pat, sag mal Stopp. Okay. Stopp. Okay, wir spielen Arena. Oh. Das ging aber schon wieder sehr battlereich. Arena, Arena, wo hab ich dich? Okay, aber was machen wir jetzt eigentlich? Also machen wir jetzt, äh, keine Ahnung. Ja, jetzt würd ich sagen, damit's hier spannend bleibt, äh, fünf Runden. Ja, fünf Runden. Okay. Und wer dann am meisten gewonnen hat, hat gewonnen. Wer dann am meisten gewonnen hat, hat gewonnen. Das ist, äh, ne gute, gute Logik. Ja. So, High Concentrated, hier mal wieder mit dabei. Ja. Der Freaks LP ist gerade am Badreschen seiner Maus. Äh, Tastatur hört man. Hört man das echt so laut? Ah. Oh ja, oh ja. Aber bei dir auch. Bei dir, du klopst immer die, ja, geil. Du klopst immer die Dingsamster, die Tastatur durch. Die Lehrtaste, das mach ich aber auch immer. Bei Jump'n'Run hab ich immer die Lehrtaste voll durch. Dann, sag mal stoppen. So. Was? Stopp. Okay, Halloween. Ich glaube, irgendwie unterbewusst denke ich immer noch so ein Stückchen weiter irgendwie, sodass wir immer alle Karten irgendwie haben. Also ich weiß nicht, ob das Stoppverfaser das Beste ist. Ich glaube, dafür müsste ich eigentlich auch Augen zu machen. So. Was? You need to buy this map at the shop village? Dann mach ich das. Hast du die nicht? Warte. So, hier. Jetzt komm. Hä? Habe ich gekauft. Ich hab die auch nicht. Was? Musst du kaufen. Kaufen. Alles hier. YouTube-Money rauswerf. Deine Coins. Deine Cubics. Hä? Okay. So, und jetzt nochmal hier. Challenge mich nochmal. Welche Karte war es nochmal? Halloween. Ja. Kurzzeitgedächtnis FDW. Wo hab ich die Karte denn jetzt? Hä? Ach da. Hä? Jetzt geht's. Okay. Hä? So. Mann. Accept. Oh. Oh, nee. Halloween. Schön dunkel. Kann ich gar nicht. Wo muss ich denn hier hin? Oh fuck. Ja, ja. Du hast natürlich den ersten nicht verkackt. Nee, nee, nee. Das mal. Diesmal. Dafür den nächsten. Diesmal nicht, ja. Diesmal nicht. Aber dafür mal was anderes hier. Verdammt. Ja, die Karte, die hat schon seine Tücken. Also hier und da. Oh, nur leichte. Die ist schon teilweise echt schwierig. Aber sie ist schaffbar. Ja, geil. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Darfst du anmerken, dass es 23.20 Uhr ist, ich überhaupt keine Konzentration mehr hab. Da geht's bei mir gerade erst los. Also wenn... Ich bin gerade total, weiß nicht. Ich kann gerade nicht zocken hier, ey. Merk das schon. Die wievielte Runde war das jetzt? Ich kann auch nicht mehr zählen. Das war gerade die vierte Runde. Echt? Ja, dann komm. Hopp, hopp. Komm, machen wir noch eine fünfte Runde hinterher. Hopp, hopp. Sachter. Ja, super Jump. Und wir gehen jetzt mal hier in die Saturn-Rings-Karte. Aber ich glaube, die müssen wir uns auch erst mal kaufen. Sonst, nee, ich guck jetzt mal nicht hin. Sag du einfach Stopp. Ich nehm Aang eine. Stopp. Okay, Wonderland. Das ist die Kack-Karte von damals, wo wir eine halbe Ewigkeit drauf waren. Oh nein. Oh. Nicht schon wieder die. Schaffst du die 100 plus, Fails? Die hast du doch letztes Mal auch geschafft. Oh ja. Genauso wie ich. Ja. Und da geht es auch schon los. Der erste ist drin. Ja, mit dem ersten Jump, ey. Oh, fuck. Oh, weia. Oh, weia, Leute. Oh, weia. Nein. Hört mir auf. Huh. Man muss sich einfach immer bei den Langsprüngen richtig konzentrieren. Und so spät... Och, verdammt. So spät wie möglich eigentlich immer nur abspringen. Das ist doch... Heute ist auch irgendwie ganz komisch, ey. Jetzt springt die hier schon wieder die ganze Zeit die FPS rum. Ich hasse das. Und sonst, Pat, alles klar bei dir? Alles... Ja, ja, ja. Alles fresh. Alles tutti-frutti. Das ist wunderbar. So muss das doch auch sein. Och, Mann. Ich fühle mich gerade, ne? Als würde ich gerade an einem anderen PC spielen. Ich kann gerade schon wieder nicht hier mit zocken, ey. Das ist ganz komisch. Ich komme damit gerade nicht mehr klar. Ich komme nicht mehr mit der Maus klar. Ich weiß auch gar nicht, wie man für du die Sprint-Taste auf STRG liegen haben kann. Wie es geht. Du meinst auf... Achso. Ja, ich habe die immer auf STRG. Einfach einen kleinen Finger habe ich immer auf STRG liegen. Eh schon so, ne Ahnung, so unterbewusst. So, auf was hast du deine Sprint-Taste? Oh, wie ich raufkloppe auf die Leertaste. Auf W. Doppel W drücken. Ja, Doppel W drücken kann ich ja auch. Ah, verdammt. So, oh, ich bin schon relativ weit. Also ein Checkpoint wäre natürlich ganz nett. Ich bin schon richtig relativ weit. Also ich habe es schon zum zweiten Baum geschafft, ey. Ist die Karte hier eigentlich hart oder ist die, ähm, Weather Raid oder... Ich glaube, die ist... Ich weiß nicht, was die ist. Keine Ahnung. Also hart ist die, glaube ich, noch nicht. Die ist ja noch nicht so ganz so mega schwer, nur so ein bisschen. Oh, wer springt denn da vorne und schafft gerade jeden Sprung? Ja, nicht. Du musst auf die Kuchen rauf, ne? Du bist ja ja irgendwie... Ja, nee, du musst einfach um den Baum rum, damit du auf die Kuchen raufkommst. Achso. So, ich bin gerade schon auf Wolkenhöhe. Echt? Da bin ich heute noch gar nicht gewesen. Ich warte noch nicht über den Wolken. Du bist mit deinem Kopf in den Wolken, ne? Gerade? Ah, verdammt. Oh, der Sprung ist unnachbar. Das ist nicht deren Ernst. Nein. Nein. Warum tun die mir das an? Warum? Hier muss doch irgendwo noch eine Ecke sein. Nein. Da will ich nicht runter. Oh. Wie mache ich das am besten? Kacke heute so, ey. Das ist doch nicht meine Meinung. Den Sprung, den kann man nicht schaffen. Der ist unmöglich. Der ist unmöglich. Der ist unmöglich. Nee, ey. Oh, Pat, du schaffst das aber noch. Komm. Nö, nö, nö. Werde ich nicht mehr schaffen. Sonst machen wir es gleich so. Wir spielen eine Runde Bad Wars und die laden wir dann auf deinem Kanal noch hoch danach. Ja. So. Ich glaube auch, ey. Boah. Oh, scha... Mein Gott. Ey, ich fass den Sprung. Ich trau mich einfach nicht. Ich schaffe ihn einfach nicht. Ich schaffe die Spränge hier nicht mehr, ey. Yo. Ich hab's geschafft. Und weiter. 23 Fade schon. Uh. Oh Gott. Nein, Mann. Die Karte, die macht mich fix und fertig. So. Die macht mich fix und fertig. Solche Spränge. Ich hasse sie einfach. Obwohl, du bist ja noch nicht runtergefallen wieder. Wo ich bin jetzt... Und der Leiter abgerutscht. Jawoll. Ich hab's geschafft. Hui, ui, ui. Nach drei Minuten... Auf jeden Fall. Fünf Runden. Fünf wunderbare Runden hatte ich auf jeden Fall. Du hattest heute ein wenig mehr Pech. Kann ich aber auch verstehen. Also manchmal ist es bei mir auch genauso. Also wenn ich abends spiele oder so. Du hast einfach so richtig... So richtig manchmal hast du einfach so richtig Pech. Und ich... Ich weiß auch gar... Ich kann echt grad nicht mehr zocken, ey. Was ist denn los mit dir? Manchmal... Kommt vor. So ist es halt manchmal nicht, wa? So ist es im Leben. Ich war halt im Gommemur. Tut mir leid. Da hast du halt natürlich hier keine Möglichkeit irgendwie aufzuholen. Nee. Hab ich leider nicht. Ja. Leute, wenn es euch denn gefallen hat, die paar Runden hier. Die paar schöne, knackige Rundchen. Dann, ähm... Ja, würde mich eine Bewertung sehr freuen. Schaut doch auch gerne bei Pat. Nicht vorbei auf so einem Kanal. Oder halt... Wir schauen mal, was wir jetzt vielleicht noch aufnehmen werden. Da kommt aber auch auf jeden Fall jetzt noch bei Pat ein Video an dem gleichen Tag. Wo ich auch noch mit dabei bin. Also, Pat ist in der Beschreibung verlinkt. Schaut bei ihm vorbei. Und dann sag ich an der Stelle, haut da rein. Das wär's. Und euch noch einen wunderschönen Tag. Tschö. Mit Ö. Und immer schön geschmeidig springen. Also, nicht... Nicht verkrampfen dabei, wie es der Freaks-LP heute vorgemacht hat. Nein. Immer geschmeidig die Finger drauf haben und immer den hier machen. Ja. Ja, nicht den hier. Nicht den hier. Nicht den... Oh, oh. Nicht den Tisch kaputt gelassen. Ja, also. Haut da rein. Tschö. Mit Ö. Tschö. Tschö. Oh-ho-ho!